So, jetzt ein bisschen nach oben, so dass ich hier reinpassen. Nein, nach unten müssen wir. Wo hast du dich dazu? Hier, ich hab hier. So. Ich kann mich nur sagen, wie ein bisschen auf dem Boden. Ja, ich kann mich nur sagen. Ja, ich kann mich auch nicht mehr in der Mitte. Oh! Vielen Dank, da? Das ist gut. Schussdämpfer jetzt raus, auf die Aufnahmen, raus. Du musst noch ein Stück runter, da hängt er da runter. Hast du den Bolzen für den Schussdämpfer noch?